Was ist das denn für einer? Ich bin Kornholio. Was machst du hier in diesem verlassenen Lagerhaus? Ich brauche Tippi für mein Bunghole. Bist du mich gefährdet? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Verschwinde! Ich habe Crawlerplatten. Ich bin der große Kornholio. Was machst du hier in dem Lagerhaus? Ich brauche Tippi für mein Bunghole. Rolios für mein Bunghole. Du wirst mir Tippi geben. Bist du mich gefährdet? Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Du kannst nicht den allmählichen Bunghole. Bunghole. Mysterious auf jeden Fall. Ähm. Bunghole. Aber ich habe so eine grobe Vermutung, was das für ein Typ ist und was der macht.